Und jetzt können wir hier alles eins zu eins austauschen. Zack. Ah no, nee. Zuerst müssen wir den Block platzieren, dann müssen wir sagen, dass wir den Block wollen. Dann hauen wir den Block wieder weg und jetzt können wir... Nice. Und wir bekommen auch jetzt wird Stein zurück. Und dank, dass ich das jetzt weiß, wie man den Radius ändert, geht es auch viel schneller als in der Originalaufnahme. Da hat es einfach mal ewig gedauert, weil ich den Radius nur auf 3 hatte. Da wusste ich das halt mal nicht. Ja. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ich meine, Konkrete, das heißt ja Beton auf Deutsch. Deswegen, ne, das Zeug hier ist ja alles aus Beton. Machen wir das hier aus Beton, ne? Ja, ich meine, wir haben hier 10.000 verschiedene Blöcke. Und dann wäre es ja blöd, wenn wir jetzt nicht hier alles aus Steinen bauen. So. Okay, das ist wunderbar. Geht das ganz schnell hier, das Austauschen. Ja, das Gute ist, wir haben jetzt halt Puffer, also die Steine, die wir jetzt halt aus dem Inventar raus machen, die kriegen wir jetzt auch wieder. Ich kann hier eigentlich mal ein bisschen Gas geben, das sollen wir hier. Dass ich immer warte, bis der fertig ist, das muss ich ja gar nicht. So, Night Vision geht an. Jo, finde ich gut. Handzimmer, halt. Ne, 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 ne. Das ist immer fertig, wollte ich schon sagen. Also super, so ein Ding ist das. Das ist einfach geil. Ganz ehrlich, kann ich nie anders sagen. Also dieses Item hier, das ist richtig geil. Oh, der verfeuert hier schon so ein bisschen Energie, aber brauchen wir hier noch. So, da haben wir es jetzt fertig, wir gucken mal rein. Warte mal, wir müssen das so machen. Das dachte ich mir jetzt schon, ja. Also es lässt sich richtig blöd da drauf laufen, dann machen wir irgendwas anderes. Jetzt mache ich da erstmal so Stein hin. So, okay. Sieht soweit ganz gut aus. Okay, ne, das ist nicht gut. Du, 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 du. Machen wir mal eben eins. Zack, zack, zack. Hä? Achso. Okay. Schön. Jo. Gut. Dann haben wir hier alles ausgetauscht. Ohne den Boden natürlich. Da im Boden müssen wir mal gucken, was wir... Können wir eigentlich die Steige hier rein machen? Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Dann machen wir hier mal wieder Maximum. Zack. Keine Steine mehr. So, Stein weg. Konkrete raus. Konkrete. Zack. Alles austauschen. Es ist immer schön, wie sich das so ausbreitet. Ich weiß auch nicht, das beobachte ich irgendwie gern. So, ja, äh... Puh, ich war jetzt gerade wieder ein bisschen ruhig. Hab gerade über die Sache nachgedacht, die ich noch machen möchte. Und auch gern machen würde. Haben wir alles verbraucht. Ne, 13 Stück haben wir noch übrig. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich hab alles... Moment. Natürlich hat er hier drin wieder. Siehst du mal. Oh, ist mir da Stein geklaut, Kollege. Da war ich auch früher... Hätte ich den... Hätte ich diesen Exchanger nur mal früher besucht, ey. Weil ich hab ja hier den ganzen Boden rausgerissen. Mit dem... Mit dem... Staff of Power. Und hab hier diesen Boden reingelegt. Ich hätte den auch hier einfach replacen können mit dem Ding. Aber das... Ich wusste nicht, dass es dieses Item hier überhaupt gibt. Beziehungsweise... Ich wusste, dass es das Ding gibt. Aber ich wusste nicht, was es macht. Das war das Problem. Ich wusste, dass das Ding da ist. Aber ich hab mir immer gedacht... Irgendwo was macht das Ding? Das bringt doch gar nichts. Das ist ja Quatsch. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Wir machen mal bitte ein bisschen kleiner. Wir machen mal bitte nur 3x3. Das gibt's doch nicht. Das muss reichen. Ich hab das genau ausgerechnet. Das muss reichen. Das kann nicht sein, dass das nicht reicht. Ich verstehe nicht, warum das nicht reicht. Ich hab mir doch die Kuppel angeguckt und hab den Boden abgezogen. Er hat doch dann hier... Nö. Ich verstehe nicht, warum das jetzt nicht reicht. Sorry, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. 1, 2, 3, 4 Blöcke brauchen wir noch. Ansonsten haben wir alles, ne? Da hab ich mich irgendwie um 4 Blöcke verrechnet. Ich weiß bloß nicht, wie und warum. Hier draußen fehlt auch noch was. Oh, das ist ja von innen, ne? Naja. Okay, dann halt nochmal 4 Blöcke. Oder haben wir hier noch was drin? Nö. Komisch. Eieiei, da hat er noch zu tun. So, dann haben wir hier drinnen Konkrete. Schauen wir mal, was wir als Boden reinmachen. Oder lassen wir Stein. Lassen wir Stein, oder machen wir was anders? Hm, Holz ist natürlich blöd. Holzboden im Reaktor-Ding, nee. Da muss schon was ordentliches rein. Oh, guck mal, hier haben wir noch Cyanid. Kommen wir mal an unseren Cyanid-Drehprozessor verfüttern. Füttern, hallo? Ich glaub, da macht was. Da haben wir noch ein bisschen Plutonium vorrätig. Aber das verbraucht sich. Ich mach mal was essen. Nam nam nam, lecker Spaghetti mit Fleischklößchen. Nam nam nam. So, ein Boden. Wir könnten vielleicht Laboratory-Blocks machen. Hm. Oder Factory-Blocks. Oder Aluminium-Blöcke. Was ist das denn hier eigentlich? Antiblock. Aha. Okay. Was ist das denn? Blot-Room. Bookshelves. Bricks. Cloud. Man kann Clouds. Aha, man kann halt so Clouds chisseln. Okay. Wir machen Diamant-Blöcke rein. Nee. Oh. Factory-Block. Orange-White. Factory-Blocks. Interessant. Factory-Blocks, glaub ich. Hört sich gut an. Dann haben wir hier noch Glas. Was haben wir hier? Eisen. Ja, Eis ist auch nicht so. Block of Lead. Alter Schwede, wie viele Blöcke das wir hier haben. Torch. Oh, kalt. Torch kann man mittlerweile auch schisseln. Ach nee, nee. Konnte man schon immer. Das stimmt. Das ist ja eine gedowngradete Version. Das ist ja eine gedowngradete. Herzlich willkommen bei Stalkiller 5.7 LP. So. Was wollte ich jetzt? Genau. Factory-Blocks. Factory-Blocks. Wie stellt man die her? Ah ja. So, bei stellt man die her. Let's go mal rüber. Die Tore sind alle an. Sehr, sehr komisch. Factory-Block. Ach komm, wir machen einfach mal einen Stack. Oder komm, wir machen zwei Stacks. Wir machen sogar zwei. Einfach nur, weil wir's können. Halt, nee. Nee, von denen nicht. Ach, egal. Egal, egal. Ist egal. Und zwar wollte ich das hier. So, und zwar wollte ich das jetzt. Mal gucken. Das ist mir zu groß. Das ist aber auch zu groß. Ich will nur zwei Blöcke. Wenn ich das jetzt so mach. Ich hoffe, der macht mir jetzt nicht den Reaktor kaputt. Die Konnettete Textur hört hier auf. Das heißt, der macht mir den Reaktor nicht kaputt. Und da ist ein Painted Glowstone übrigens. Jetzt sehen wir mal, wo die ganzen Dinger sind. So. Den Anschluss hier. Ich, äh, muss mal gucken, dass ich den Anschluss irgendwie unter den Reaktor mach. Wollen wir jetzt grad mal eine Aufnahme machen, Leute. Wie schaut's aus? Schreibt's mir jetzt in die Kommentare. Okay, den Painted Glowstone, den kann ich nicht austauschen. Dann brauchen wir hier noch eine andere Fassade. Machen wir jetzt einfach nur eins. Jetzt machen wir wieder zwei. Keine Blöcke mehr. Aber das ist doch ganz gut, dass wir mehr gemacht haben. Hauen wir hier so. Zack. Und hier ist wieder ein Painted Glowstone, okay. Da ist wieder einer. Dann hauen wir die gleich mal raus hier. Ne, das war ein Stein. Ne, das war ein Stein. Das ist aber komisch. Hm? Ich hätt' ich hätt' ich's eigentlich auch ganz gerne durchgezogen. Da brauchen wir hier eine Fassade. Okay, warte mal. Muss ich mal so aus... Ok. Mach's nochmal ne. Pfff. Pfft. 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 Okay. Pffft. Pfft. 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 Ich probiere mal was. Ich tue den mal Disconnecten. So. Dann hauen wir den hier mal weg, den Kollegen. Jetzt buddeln wir uns mal runter. So. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass uns das Zeug jetzt nicht umbringt. Schwupps. Dann hier schwupps. Ach, da sind wir genau unter dem Ding. Oh Gott. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Zack. Okay, funktioniert alles super. Alles schön. Reaktor wieder starten. Gut, da war der Reaktor jetzt kurz aus. Da gehen die Dinger kurz runter. Ach, jetzt ist hier Schnee. Das gibt es doch nicht. Ich mache da Schnee hin. Kann er nicht sein. So. Dann. Bups. Bups. Dann machen wir das Ding wieder an. Reaktor ist connected. Schwupps. Schwupps. So, jetzt sind die Dinger hier natürlich kaputt. Das ist mir klar. Dann machen wir einfach Reaktor Control. Ne, ne, ne. Ich will ein Reboot. 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 Okay. Ja. Suche nach Dingern. Funktioniert wieder. Okay. Super. 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 Reboot. Zack. Funktioniert auch super. Bis auf Router Speed. Bis auf Router. Hier. Router. Das heißt eigentlich Rotor. Oder heißt. Heißt Rotor? Router? Ist das richtig? Das ist doch nicht richtig, oder? Ich bin mir unsicher. Ich glaube, ich gucke da erstmal nach, bevor ich da versuche, irgendwas zu ändern. Nicht, dass ich mich dann blamiere, weil ich bin mir da jetzt nicht sicher. Jetzt war ich gerade drüber. Äh. Ich brauche doch die scheiß Paintingmaschine. Mann. Was mache ich denn? Zehntausendmal hin und her rennen, weil ich nur... Äh. So. Jetzt haben wir es aber. Painting Closed Down. Nice. Nice, nice. Wo ist denn noch dunkel? Hier dunkel? Oh, hier ist dunkel gewesen. So. Dann können wir jetzt hier mit Ding zu machen. Das hier ist unten. Das ist alles connected. Das ist alles super. Dann machen wir hier zu. Dann sehen wir das Ding auch nicht mehr. Jetzt machen wir hier einfach... Machen wir hier einfach so. Blum. Ich mag die Geräusche von den Laboratory-Blocks. Keine Ahnung warum. Blum. Oh, da brauchen wir noch eine Fassade. Ach, eine Fassade. Aber bitte mit Fassade. Wo bin ich denn jetzt? Was ist denn jetzt hier? Nee, 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 nee. Du Fassade. Bssst. Geil. Painting Machine. Beste Erfindung auf Welt. So, bups. Und... Ohm. Okay. Ich glaube, ich muss mir langsam eine Facecam anschaffen, weil jedes Mal, wenn ich mir so denke, du hättest jetzt eigentlich noch mehr gebraucht, dann ziehe ich so ein richtig blödes Gesicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir hätten noch fünf weitere Fassaden gebraucht, wenn ich mal mitdenken würde bei der Arbeit. Aber ich denke ja irgendwie nie mit bei der Arbeit. Ich weiß doch auch nicht, was mit mir los ist. Hier macht er immer zwei. Ja, der produziert jetzt nach, ne? Ist ja gar nicht drin. Auch schön. Ach, er hat schon fertig, oder was? Er hat schon fertig. Jetzt muss er nur noch die Dinge hier... Nee, Logik-Dinger muss er noch machen. Das ist immer so lang, dauernd muss. Ja, konkrete wollte ich noch bestellen. Kon... Konkrete. Dö, 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 dö. Zehn reichen zehn. Oh, wir machen zwanzig. Wir machen zwanzig. Zwanzig Stück an der Zahl. Du schnarch. Na komm schon. Na komm schon. Na mach schon. Hey du. Na du. Alter, bin ich Boss. Alter, warte ich los. Ey, ach du Scheiße. Oh Mann, ey. Das war jetzt reines Glück. Ähm. Sport mir den mal kurz. Ist gleich wieder da. Na dir den mal kurz. Ja, na ja. Mit� ist alles genug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017